Nach diesem bekannten Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, ist es gut, wenn wir die paar konzentrierten Sätze von Heinrich Spähmann an uns heranlassen, die er dazu bemerkt. Sich sichern bedeutet, nicht vertrauen, nicht abhängig sein, nicht dankbar empfangen, sondern Ansprüche haben und fordern können, sich selbst geschenken können. Die Welt der Sicherungen ist der Widersacher der Welt der Liebe. In sie geht der verlorene Sohn ein, in dem Augenblick, da er spricht, gib mir den Anteil, der mir zusteht. Sie ist die Fremde, fern vom Vater. Im Reich des Vaters gibt es keine Anteile, gibt es nichts Zustehendes. Denn die Liebe macht keine abgegrenzten Teile, sie gibt alles. Aber so wenig wie die Liebe ein Anteil ist, sondern das Ganze und alles zum Ganzen Führende, so wenig steht sie auch zu. Sie ist das Freie und Befreiende. Empfangen kann sie allein das Vertrauen, nicht der Anspruch. Das ist das Freie und Befreiende. Das ist das Freie und Befreiende. Das ist das Freie und Befreiende. Untertitelung des ZDF, 2020